Reisebüro Schmidt – Erleben, Entdecken, Genießen Herzlich Willkommen bei Der Schmidt – Internationale Busreisen Seit mehr als 17 Jahren ist Wolfgang Ruff schon Buschauffeur beim Reisebüro Schmidt in Wolfenbüttel. Jedes Jahr fährt er mit seinem Fahrzeug mehr als 50.000 Kilometer quer durch Europa. Spaß macht ihm seinen Beruf immer noch, denn das Fahren liegt ihm im Blut. Auch wenn er dafür täglich früh aufstehen muss. Bereits um 5 Uhr morgens fängt sein Arbeitstag an. Der Bus wird kurz vor der Abfahrt noch einmal von ihm technisch durchgecheckt. Auch an die gastronomische Versorgung muss Wolfgang Ruff dabei denken. Denn die Reise soll für die Gäste vom ersten Moment an entspannend sein. Ich mache ganz einfach morgens meine Sichtprüfung, wie jeder Pilot meinetwegen auch. Gehe einmal um den Bus, gucke nach irgendwelchen Flüssigkeiten, die ausgetreten sind. Steige danach ein, mache hier vorne noch meinen Check über den Monitor, setze Kaffee auf und fahre dann zu den Fahrgästen vor und lade dann ganz einfach das Gepäck ein. Während Wolfgang Ruff seinen Bus noch ein letztes Mal überprüft, wird auch im Schmidt Terminal bereits gearbeitet. Ein Lieferfahrzeug einer Bäckerei versorgt die Küche des Terminals an diesem Morgen mit mehreren hundert frischen Brötchen. Denn beim Reisebüro Schmidt wird sehr viel Wert auf Service gelegt. Und dazu gehört vor jeder Abfahrt einer längeren Reise ein kräftiges Frühstück für die Reisegäste. Damit schon die erste Urlaubsstunde ein voller Erfolg wird, bereitet Sabine Wagner die Frühstückstische vor und ordnet das Buffet richtig an, denn in wenigen Minuten treffen hier die ersten Gäste ein. Dieser Service ist in Deutschland bisher einzigartig. Mit dem Neubau des Schmidt Terminal sorgte das Unternehmen für eine kleine Revolution in der Reisebranche. Denn erstmals können hier die Fahrgäste in einer angenehmen Umgebung mit gastronomischer Versorgung auf den Beginn ihrer Reise warten. Neu ist auch ein revolutionäres Anreisekonzept. Die Gäste kommen entweder mit ihrem eigenen Fahrzeug und nutzen einen kostenlosen Großparkplatz auf dem Firmengelände oder ordern einfach ein Schmidt-Shuttle, das sie von zu Hause abholt. Es ist 5.30 Uhr, als es bei Familie Otto und Christine Vogelsang-Weber an der Tür klingelt. Ein freundlicher Taxifahrer ist bei der Abreise zum Urlaubsort behilflich. Ja, jetzt geht's los. Bereits vier Wochen zuvor hatten sich die beiden für einen einwöchigen Urlaubsausflug in das Salzkammergut entschieden und bei der Schmidt eine Reise gebucht. Heute geht es los, direkt von zu Hause mit einem Shuttle. Schnell noch die Koffer verstauen und nach rund 20 Minuten Fahrzeit steht der Wagen sicher vor dem Schmidt-Bus-Terminal. Das Buffet ist bereits eröffnet und zahlreiche andere Mitreisende haben sich schon ihr Traumfrühstück zusammengestellt. Auch das Ehepaar Vogelsang-Weber genießt diesen einmaligen Service eines Reiseveranstalters. Man wird mit dem Taxi abgeholt, man kann hier frühstücken, man macht zu Hause die Küche nicht mehr schmutzig und man hat sofort Urlaub, wenn man hier ankommt. Ich fahre 40 Jahre mit Schmidt-Reisen und war bisher immer mit dem Service zufrieden. Das hat immer von Anfang an alles gut gepasst. Wir werden abgeholt mit der Taxi, wir dürfen hier frühstücken und der Service im Bus, die Busfahrer selber und auch das Programm vor Ort waren, haben uns immer sehr gefallen und darum fahren wir gern mit Schmidt-Reisen. Kurz vor 6 Uhr, nach einem guten Frühstück, geht es endlich los. Buschauffeur Wolfgang Ruff trifft beim Verstauen der Koffer zum ersten Mal auf seine Reisegäste. Alle sind gut gelaunt, denn vor ihnen liegt der erwartete Traumausflug nach Österreich in das Salzkammergut. Früher waren Busreisen oft anstrengend, denn der Komfort ließ zu wünschen übrig. Heute reisen die Gäste in voll klimatisierten Luxuslinern. Über 50 Fahrzeuge, meist aus dem Hause Mercedes-Benz, MAN und Scania, sind heute im Schmidt-Fuhrpark zu Hause. Kurz nach 6 Uhr startet Wolfgang Ruff dann seinen Bus und fährt vom Hof des Schmidt-Terminals in Richtung Salzkammergut nach Österreich. Das neue Schmidt-Terminal ist von unseren Reisegästen sehr gut angenommen worden. Alle freuen sich, dass sie bei der Abfahrt nicht mehr bei Wind und Wetter draußen stehen müssen, sondern dass sie das Terminal und die Lounge genießen können, dass sie noch eine Tasse Kaffee trinken können oder dass sie in unserer Lounge ein Frühstück serviert bekommen. Das Reisebüro Schmidt aus Wolfenbüttel sieht sich als traditionsbewusstes Unternehmen, das hochwertige Busreisen zu bezahlbaren Preisen anbietet. Die Flotte gehört zu den jüngsten in ganz Deutschland und besteht ausschließlich aus Fahrzeugen, die im Durchschnitt nicht älter als drei Jahre sind. Alle Reisebusse sind sogenannte VIP-Liner der Güteklasse 4 und 5 Sterne und werden regelmäßig von der Gütegemeinschaft Buskomfort zertifiziert. Denn neben dem hohen Serviceanspruch ist die Sicherheit an Bord eines der wesentlichen Unternehmensziele bei der Schmidt. Ganz wichtig im Unternehmen Schmidt ist die Sicherheit unserer Fahrgäste. Unsere Busse werden regelmäßig und vor jeder Abfahrt von unseren Mitarbeitern der Werkstatt überprüft und gewartet. Für unsere Reisebusfahrer führen wir aktive Fahrsicherheitstrainings beim ADAC in Hannover durch. Während sich Wolfgang Ruff bereits auf dem Weg in das Salzkammergut befindet, fängt auch für seine Kollegen in der Werkstatt ein langer Arbeitstag an. Hier werden alle Fahrzeuge regelmäßig geprüft und gewartet, aber auch anfallende Reparaturen können hier von den Spezialisten erledigt werden. Denn die Werkstatt ist mit der modernsten Technik ausgestattet. Unter anderem besitzt sie eine der längsten Arbeitsgruben in Deutschland. Wir führen sämtliche Wartungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten an unseren Fahrzeugen durch. Dazu zählen natürlich auch Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen, die vierteljährlich, die Sicherheitsprüfung vierteljährlich und die Hauptuntersuchungen jährlich anstehen. Des Weiteren machen wir Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen. Alles, was dazu gehört, Chassis-mäßig. Wir machen auch Lackierarbeiten, führen wir selber durch, Unfall- und Instandsetzungsarbeiten und reparieren im Grunde genommen alles bis auf Motor direkt und Getriebereparaturen, die führen wir nicht durch. Wir werden schnellstmöglich versuchen, das Fahrzeug zu reparieren. Wenn dies nicht möglich ist, wird natürlich ein Ersatzfahrzeug gestellt, beziehungsweise wenn das Fahrzeug nicht mehr verkehrstechnisch unterwegs sein kann, wird das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen und es wird ein Ersatzfahrzeug gestellt. Die Werkstatt hat das letzte Wort, weil die Werkstatt ist für die Sicherheit der Fahrzeuge zuständig und wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, werden die Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Nach jeder Reise gibt es mit den Busfahrern ein Gespräch. Sie sind die Ersten, die merken, wenn etwas nicht stimmt und melden sofort jeden Mangel an die Werkstatt weiter. Anhand einer Checkliste werden zusätzlich alle sicherheitsrelevanten Funktionen überprüft. Nur dann, wenn die Werkstattspezialisten auch den kleinsten Fehler behoben haben, darf ein Schmidt-Bus auf Reisen gehen. Vorher werden die VIP-Liner aber noch an der hauseigenen Tankstelle aufgetankt und umweltschonend gewaschen. Über das Dach des großen Terminals wird Regenwasser aufgefangen und zur Waschanlage geleitet und aufbereitet. Das Schmidt-Konzept, möglichst viele Details bei einer Reiseplanung selbst in der Hand zu behalten, erhöht die Sicherheit und den Komfort für die jährlich mehr als 100.000 Gäste erheblich. Auch lassen sich so viel besser faire Preise kalkulieren. Nach dem Waschgang ist der VIP-Liner wieder reisebereit. Alle Mängel sind behoben und das Fahrzeug ist gereinigt. Jetzt wird der Bus unter dem riesigen Dach des Schmidt-Terminals abgestellt und wartet dort auf seine nächste Fahrt. Wir haben hier bei uns im Unternehmen eine eigene Werbstadt, in der vier Kfz-Mechaniker sich um die Wartung und um den Service der Busse kümmern. Außerdem haben wir eine sehr junge Flotte. Im Durchschnitt ist der Bus lediglich drei Jahre alt. Derzeit verfügt das Reisebüro Schmidt über 20 moderne VIP-Liner der gehobenen Vier- und Fünf-Sterne-Klasse und zahlreiche Busse, die im Linienverkehr rund um Wolfenbüttel und Braunschweig im Einsatz sind. Auch der Bundesligist VfL Wolfsburg vertraut mittlerweile seine Fahrzeuge dem Unternehmen an. Über 60 Buschauffeure betreuen diese Flotte, die in Deutschland zu den größten im Reisegeschäft gehört. Alle Fahrzeuge sind luxuriös ausgestattet, klimatisiert und erhalten den Namen einer Persönlichkeit aus der Region. Durch diese Personalisierung wird jedes Fahrzeug werblich zu einem Kulturbotschafter. Damit ist die Hoffnung verbunden, Menschen am Urlaubsziel neugierig auf die eigene Region zu machen. Die neuen VIP-Liner sind bereits nach den modernsten Trends im Innendesign konstruiert. Dazu gehören großräumige Platzanordnungen, ein komfortabler Servicebereich und eine Toilette, die sich auf der Sitzebene hinten im Bus befindet, um mehr Barrierefreiheiten auch für ältere Bürger zu schaffen. Weiterhin sind die Fahrzeuge mit der neuesten elektronischen Sicherheitstechnik ausgestattet. So würde bei einer Ermüdung des Fahrzeuglenkers sofort ein Vibrationsalarm im Sitz ausgelöst werden. Bereits seit 1956 gibt es das Unternehmen Reisebüro Schmidt. Der erste Bus, mit dem alles anfing, ist auch heute noch im Einsatz. Er ist zwar nicht mehr das Original von damals, sondern eine liebevolle Restauration, die über fünf Jahre andauerte. Mit seiner Höchstgeschwindigkeit von nur 85 Kilometer pro Stunde wird der Büssing 11 RU7, so seine Bezeichnung, natürlich nicht mehr im Fernverkehr eingesetzt, sondern steht nur noch für Sonderfahrten zur Verfügung. Der Gründer des Unternehmens, Josef Schmidt, ist auch nach über 50 Jahren immer noch sehr stolz auf seinen ersten Omnibus und wie er die schwierige Anfangszeit gemeistert hat. Ich bin 1949 aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen. Von Beruf bin ich an sich Bankkaufmann. Aber wir waren fünf Jungen in Dorstadt. Und unser Steuerberater meinte, der Betrieb wirft so viel Geld nicht ab, um fünf Jungen hier zu unterhalten. Und dann wurde entschieden, einer geht nach Goslar, einer Langesheim, mein bloß fiel auf Wolfenbüttel. Und dann habe ich in Wolfenbüttel den Anfang gewagt, im März 1956, und habe das Reisebüro Schmidt gegründet. Wir bemühen uns und kümmern uns um unsere Reisegäste sehr intensiv und möchten gerne einen guten Service bieten, damit sich jeder an Bord wohlfühlt. Der Tradition bin ich natürlich verpflichtet, aber ich möchte auch gerne immer etwas Neues ausprobieren. Und wir haben ein sehr kreatives, ein sehr junges Team auch und viele ältere Mitarbeiter, die lange Jahre schon bei uns im Unternehmen sind. Und ich denke, dieser Mix macht auch einen Teil unseres Erfolges aus. Heute ist das Unternehmen Reisebüro Schmidt gut aufgestellt. Seit einigen Jahren führt der Sohn Wilhelm Schmidt den traditionsreichen Betrieb. Der Bau des viereinhalb Millionen Euro teuren Terminals war seine Idee. Auch auf die moderne Reiseflotte ist der Unternehmer stolz. Doch der Schmidt ist mehr als nur ein Busbetrieb. Denn in sieben eigenen Reisebüros können die Kunden auch andere Angebote in der ganzen Welt buchen. Über 120 Mitarbeiter kümmern sich in meinem Unternehmen um unsere Gäste und deren Belange. Wir haben ja nicht nur Busse und Busreisen, sondern wir haben auch sieben Reisebüros, in denen unsere Reisegäste Reisen in alle Welt buchen können. Wie ich das von meinem Vater bereits übernommen habe, verstehen wir uns nicht nur als Dienstleister für unsere Kunden, sondern gerade ich als Geschäftsführer verstehe mich natürlich auch als Dienstleister für meine Mitarbeiter. Und von daher sind wir eine ganze Schmidt-Familie, die sich um das Wohl unserer Gäste kümmern. Über 120 Mitarbeiter arbeiten für das Familienunternehmen Reisebüro Schmidt. Die meiste Zeit verbringen die Kunden natürlich mit ihrem persönlichen Buschauffeur, bei einem Tagesausflug oder bei einer mehrtägigen Urlaubsfahrt. Der erste Kontakt findet aber zumeist hier im Buchungscenter statt. Willkommen im Reisebüro Schmidt, ich bin Barbara Opfermann. Guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Barbara Opfermann arbeitet mit vier Kolleginnen im Schmidt-Buchungscenter in Wolfenbüttel. Weit über 1000 Anrufe gehen hier pro Woche ein. Von der Buchung bis hin zur Abwicklung wird sich um alles gekümmert. Auch die notwendigen Reiseunterlagen werden vom Team zusammengestellt und an die Kunden verschickt. Freundlichkeit und Professionalität sind dabei gefragt, denn ein schöner Urlaub beginnt bereits mit der Vorfreude auf die Reise. Über 1000 eigene Ausflugs- und Urlaubsziele werden jedes Jahr vom Reisebüro Schmidt angeboten. Dazu gehört der klassische Tagesausflug genauso wie die mehrtägige Busreise quer durch Europa. Aber auch zahlreiche Fahrten zu Musicals und anderen kulturellen Highlights werden professionell organisiert.